Ben! Wollen wir jetzt jeden Part umgehen? What? Zumindest jeden, der noch in Jurassic Park 3 spielt. Ja. Ja, hi! Was? Wo? Hi meine Friends! Ich dachte hier zum Dinos. Oh, guck mal, ich kann graben. So. Ich mach schon mal hier weiter, ne? Mach du mal weiter. Aber jetzt brauchen wir dich... Was ist das? Achso, da kannst du ein Auto holen. Ja, danke für die... Da kann ich ein Auto holen. Ein Auto holen. Aber das bringt uns jetzt nichts beim Weitergehen, glaube ich. Selin, du machst uns da den Weg frei. Ich guck mal, ich hol mal ein Auto. Hol du mal. Wir haben auch nur eins freigeschaltet bis jetzt. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Komm, Sognathus. Mach uns mal hier den Weg frei. Ja, wie denn? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie musst du das ja machen. Du musst vielleicht irgendwas bauen. Siehst du, da rollen so Dinger rum. Verdächtig nach... Ja, ich würd gern, aber die Kamera dreht sich nicht. Verdächtig nach Baumaterial. Guck mal, was die Kamera hier gerade macht. Das ist nicht schön. Oh! Oh! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Mach eigentlich mal mit Profis arbeiten. Oh! Ich Gott sei. Lass mich doch in Ruhe. So, was mach ich mit jetzt? Muss da, glaub ich, hier. So! Ah! Guck mal, das sieht doch gut aus. Guck mal, der lässt mich sogar in Ruhe. Ist das nicht nett zu nehmen. Komm, ich stück nicht durch, ne? Ah! Verdammt! Ah! Ah! Ich bin tot! Wie liegt da so der Kopf? Das ist schon brutal. Okay, ich muss hier den Weg wieder freimachen. Ich überfahre einfach mal unsere Teammitglieder. Mach das. So. Wie kommen wir hier durch? Mit mir. Allen! Allen! Steve! Allen! Was hast du denn hier noch vergessen zu bauen? Ah, da kommen die ganzen Kongognathusviecher raus. Ach, toll! So. Die Kamera! Ich hab an der Kamera nichts umgestellt. Nee, die ist einfach kacke. Oh, geht schon weiter. Oh, geht schon weiter, ja. Blöck! Ah! 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 Judeski. Das ist eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Erich! Erich! Ach, ich muss ja noch spielen. Das war auch so ein Moment. Als ob der kleine Junge sich so lang... Der wäre doch gefressen worden am ersten Tag. Naja, aber er hat ja versucht zu erklären. Er hat ja diesen komischen Laster da gefunden. Ja. Das ist nicht seine Originalstimme. Aber dafür kann er das hier. Ja, das war auch so mit diesem Anzug. Ach ne. Aber jetzt sieht er mich nicht. Ist das nicht schön? Dieses Geräusch. Tada! So. Hallo, ich bin hier immer noch. Ja, ich muss irgendwas bauen, damit ich den ablenken kann. Ich bin hier schon dabei. Guck mal hier. Ein kleines Auto. Ach. Ein Hotdog. Ein Hotdog auf Rädern. Essen auf Rädern. Ja. Hm. Okay. Ich weiß nicht, was die hier in diesem Spiel mit ihrem Würstchen fetisch haben. Ich auch nicht. Das hört sich ganz falsch an. Ja, ich auch nicht. Ähm. Ich weiß nicht. Muss man die Entwickler mal fragen? Ja. Ja. Ich würde die gerne so viel fragen. Was die zum Beispiel rauchen. Ach, vielleicht sind das ja alles noch große Kinder. Wahrscheinlich. Die sich überhaupt nichts Böses dabei denken, dass wir hier... Aber die... Ja, aber die Spiele sind ja toll. Also die machen ihren so viel. Hier, du musst hier mal... Ding jetzt. Aber das ist doch... Bin ich doch gar nicht. Doch, du bist Alan Grant. Hier meine ich. Das meine ich. Da. Ich wollte sagen. Das ist fordere. Ja. Das da können wir nicht aufmachen. Da kommt, glaube ich, nur wieder ein Minikit raus gefloppt. Das ist kein Ding. Los, bring es an. Huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! So. Schön. Der Daumen ist trainiert. Gut. Und die Tür ist offen. Gut... Und da ich ein kleiner Wicht bin, kann ich jetzt durch... Ein kleiner Wicht. Oh, das war wie bei Star Wars immer mit den Knacken. Ja, mit den Jawas. Oder Anakin. Ja, oder den Hobbits bei Lego Heller Ring. Ach ja, stimmt, das war auch so. Da, bitte. Danke. Voll nett von dir. Ja. Danke. Bitte. Danke. Danke. Jetzt hab ich die Liane brauch dafür, für den kleinen Weg. Löcher fliegen? Oh, die Stelle war im freien Spiel, war die scheiße. Warum? Weil du siehst ja das Zeichen da oben. Ja. Da musste man diesen Giftspucker nehmen und das Ding hier anspucken. Aber du konntest dich nicht in diesen Giftspucker verwandeln, beziehungsweise den halt nicht anwählen, weil hier die Stelle zu eng ist. Oh, wie ätzend. Und dann musst du irgendwie so komisch da, wo der Velociraptor ungefähr steht, erstmal da hinlaufen, bis du das machen kannst. Und das war irgendwie alles so ein bisschen frickelig. Frickelig? Ja. Ja. Ist halt so. Guck mal. Perfekt geschafft ey. Wow. Not bad. Erinnert sich eigentlich was, wenn du es nicht gut schaffst? Ja. Vielleicht kann es sein, dass man ja nicht so viele Münzen kriegt, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. So. Gut ne? Haben wir den mal weggelockt. Hast du gut gemacht. Mein Kind. Danke O-Frau. Fand ich auch so gut im Honest Trailer zum ersten Jurassic Park, wie der Alan Grains so als Kinderhasser da gespielt wird. Mit dem Spaß an dem Zaun. Ah ja. Und wie der dem einen Kind mit der Velociraptorenkralle so Angst macht. War das im zweiten oder im ersten? Im ersten. Gab es doch nicht mehr irgendwie die Fan-Theorie, dass der Junge, den wir da mit der Glösschaft haben... Ja, dass das Chris Pratt ist. Ja, dass das Chris Pratt ist. Ja. Pfff. Wow. Ja. Dann ist das halt, ne? Ja. Ist jetzt nichts, was mein Gehirn zum Platzen bringt, aber... Ist jetzt nicht so diese, boah, mind-blowing-theory. Ja. Alles, was ich beim Film gedacht hab, war falsch. Danke. Bitte. Dann kann ich's dir jetzt auch lassen. Aber ich fand das auch immer so geil. Die Stelle im ersten Film, wo der an dem Zaun steht und die Kinder verarscht. Und dann dieser Blick von den Finden. Der kann so ein Arsch sein. Weil der ist so toll. Aber die Kinder im ersten Teil waren auch nicht ganz so ätzend. Nur ein bisschen. Das mit den nervigen Hollywood-Kindern, das kam jetzt später. Ja. Ist ja jetzt momentan in der ganz schlimmen Phase. Mit den Kindern hier von Will Smith zum Beispiel. Wobei, über die Tochter weiß ich jetzt gar nicht so viel, aber... Nein, über nicht. Der Sohn ist ja furchtbar. Aber der eine Sohn, er hat ja noch einen anderen, von dem keiner was weiß. Echt? Achso. Ich mein halt den Bekannten. Ja, den Jaden. Aber der hat ja noch einen Sohn, der ist irgendwie 25 oder so, aber den kennt keiner. Ja. Weil der irgendwie noch nie was gemacht hat, der Film. Hat das vielleicht richtig gemacht. Der vergessene Sohn. Ich habe letztens noch einen Film mit dem Jaden Smith gesehen, wo er noch ging. Er war aber noch klein. Karate Kid? Ne, ähm... Ja, es ist der Tag, an dem die Erde stillstand. Mit dem Mann, der nicht alt hat. Keanu Reeves. Achso. Achso, der braucht eine Banane, Möhre und Schokoriegel. Oder sind das Zigaretten? Und jetzt gleich Schoko. Oh, Zigaretten. Da ist was für dich. Kannst du aufschneiden. Geil, damit wirst du gesund. Der Atem wird befreit. Ja. Ganz schlimmes Beispiel für nervige Kinder in Filmen und Serien ist ja immer noch Carl. Achso, Carl, ja. Ich habe jetzt gerade Carl gedacht. Ne, das ist, weil der im Englisch, das wird ja mal verarscht, weil der immer Carl sagt. Ja, Carl. Und... Oh, Carl ist wirklich schlimm. Den habe ich aber auch schon von Anfang an gehasst. Oh, sorry. Ah, ja, ganz am Anfang hat der mir noch eher leid getan, so. Weil, ja, ist halt nicht so einfach, ne? Ich habe den verarscht. Ja, ich habe den verarscht. Aber später... Boah. Vielleicht kommt es auch daher, dass er die unfassbar schlimmste Synchronstimme aller Zeiten hat. Ja, ich glaube, das macht viel mies. Weil ich habe ein paar Szenen gesehen, im Englischen, auf YouTube, so von heutigen Szenen. Weil ich gucke immer mal wieder rein. Ja. Und da war der gar nicht so schlimm. Weil der hat eigentlich eine recht tiefe Stimme. Ah, hier ist was für dich. Ja, aber die deutsche Synchronstimme geht gar nicht. Aber die ist sowieso furchtbar. Ja, die kenne ich nicht. Also die ganzen Synchronsprecher bei Walking Dead, außer jetzt von den... Ja, von Rick, die ist okay. Und von... Wie hieß der, den alle cool finden? Daryl. Ja. Die ist auch okay. Aber ansonsten hast du nur so zweiklassige, drittklassige Sprecher. Ja, ich weiß nicht, warum die das bei so Serien... Ist ja auch bei Game of Thrones. Ja. Das hat an sich... Das hat an sich ja ganz gute Sprecher, aber da sind manche bei Game of Thrones. Das ist... Ja. Das tut weh. Es ist vor allem noch so schlimmer, wenn du halt das Original kennst. Ja. Also eine der Sachen, die mich am meisten aufregt, ist die Stimme von Daenerys. Ich meine, ist zwar die Hermine Stimme, ist eine gute Stimme, aber absolut umfassend für Daenerys. Wenn man die Englisch kennt. Ich glaube, das Ding kannst du mit deinem... Ja, im Kreis, genau. Schwanz kaputt. Boah, harter Dino-Kampf. Weißt du auch, wie der Dino heißt? Nee. Heißt genauso wie ein Digimon. Darauf basiert auch dieses Digimon aus der zweiten Staffel. Ähm... Oh, diese hässliche Gelbe da? Ja, genau. Boah, wie hieß der nochmal? Da ist der Name von dem Dino auch schon im Namen von dem Digimon drin. War das irgendwas mit A? Ja. A, D? Nee. A, B? A, T? Keine Ahnung, nee, sag mal. Ankylosaurus. Ach, genau. Bam! Und das Digimon war halt Ankylomon. Wär jetzt gedacht. Wär jetzt gedacht. So, schnell, Minikit holen. Ja. Minikit! Los, Kind! So. Dankeschön. Hallo, Ankylomon. Digimon. War das... Konnte das nicht auch irgendwann zu so einem Kack-U-Boot werden? Ja. Das war so dumm. Ich meine, dass ein Digimon irgendwie sich zu irgendwas entwickelt, wo du drauf reiten oder fliegen kannst. Das war immer cool. Aber zu einem U-Boot, wo du dich reinsetzen kannst. Ja, das fand ich immer schon ein bisschen komisch. Du bist quasi in dem Vieh drin. Ja, das ist total komisch. Das ist wie in so einem Cartoon, so wo alles lebt. Ja. So plötzlich lebt auch der U-Boot. Ach, ne Vogelscheuche. Aber ich finde, fand die Digitation in der zweiten Staffel sowieso manchmal fragwürdig. Vor allem das Schlimmste ist diese DNA-Digitation von Ankylomon und... Ja, ich glaube, es war an Kylomon. Es war anders nochmal. Oder was? Was anders? Das war dieser komische laufende Teekessel da. Weißt du, dieses Schakumon hier ist es. Ach, ja. Schakumon. Aber die hatten auch richtig, richtig coole. Ja. Dieses... Ich weiß nicht, welche Digitation das war von Vemon, wo der dieses schwarze Vieh auf vier Beinen war. Redramon. Genau, das war richtig awesome. Flamedramon war aber auch cool. Flamedramon ist auch cool. Geht trotzdem nichts über die ersten. Nee. Ah, guck mal da. Kannst du noch was tragen? Subtiler Hinweis. Wir haben eine Vogelscheuche. Wo ist der Zinnmann? Das ist was. Wo ist der Löwe? Ah, hör auf. Da hab ich das letztens geguckt. Fandst du den so scheiße? Nein. Aber... Alte Filme halt. Ja, ich mag alte Filme auch nicht so, aber den fand ich geil. If I only had a brain. Wobei das nicht der älteste Film ist, den ich gesehen habe. Nee, bei mir schon. Der älteste, den ich gesehen habe, war von 1933. 1933, welcher war das? Das war irgendein John Wayne Film. Ach krass. Ja, vielleicht hab ich den auch schon gesehen. John Wayne, hab ich auch schon ein paar Filme gesehen. Ja, der war von 1939, ne? Ja. Zauber von... Wie gut die das... Hab ich mich echt gewundert, wie gut die das in HD gemacht haben. Ja, der Film sah super aus, ne? Obwohl er in 4 zu 3 war. Ja. 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 Meine Eltern haben euch eingeladen, mitzufliegen. Vorsichtig damit. T-Rex. Es verscheucht einige von den Kleinen, aber es lockt einen super großen an mit einer Flosse. Kranzi! 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 Und was... Ist das dein Remake oder ist es sowas wie Alice in Wonderland? Jetzt haben wir uns grad verquatscht. Ähm.. Wir reden grade über, dass über den neueren Ost-Film mit James Frenko... Ehm... Ich überleg grad... Ne, das ist.. Das ist die Vorgeschichte. Wie der Zauberer von Ost nach Ost gekommen ist. Ah. Und äh... Pfff... Die heißt ja auch gar nicht der Zauberer von Ost, ne? Sondern das... Wieser? Dann wunderbare Welt von Ost oder irgendwas... Ja, irgendwie sowas... Ne, der war nicht wirklich gut. Der war so auf äh... Der Film wird schon genug eins motivational. einspielen, weil er Ost im Namen hat. So wurde er gemacht. Da war irgendwie nichts hinter. Das Wusste war, auch für alle Zuschauer, ich habe jetzt letztens das erste Mal den Zauberer von Ost gesehen. Also das Original aus den 30ern. Und als diese komische Feder aufgetaucht ist das erste Mal, das erste, was ich gesagt habe, war, die kenne ich aus Phantasialand. Weil die gibt es aber mit dieser Hollywood-Tour. Stimmt. Da steht die doch vor dem Haus. Stimmt. Die gibt es in Phantasialand. Ich habe gerade Dinos mit Pisse beworfen. So und du darfst jetzt hier das bauen. Aber ich mochte das auch bei Ost immer. Das hat irgendwie so einen Charme gehabt. Wenn du so die Studiowand gesehen hast, wo hinten das Geld war, wo das dann weiter ging. Ich weiß. Ich finde das toll. Wenn ein Film sowas heute hätte, würde es den voll auslachen und niedermachen. Ja, aber früher, ich meine, der Film ist wie alt? 70? 80 Jahre. Fast 80 Jahre. Fast 87 Jahre. Alter, überleg mal. Ja. Das hier musst du durch selber hinterlachen. Ich fand den toll. Das war so ein Film, der wurde richtig so mit Liebe gemacht. Wobei, ich habe mir so ein paar Facts durchgelesen. Da ging ja nicht alles so glatt hinter den Kursen zu. Nee, da sind ganz viele Sachen. Das haben die auch in den Specials, die wir da drauf haben. Das Einzige, was ich so weiß, ist, dass hier der Tin Man, der, der, der... Der Tin Man. Der Tin Man. Der wurde am Anfang von jemand anderem gespielt, sollte er. Aber der war, glaube ich, sehr allergisch auf diese Farbe oder was sie da benutzt haben. Deswegen musste er ausgetauscht werden. Und dann gab es wohl eine Szene, da hat, glaube ich, die Dorothy mit diesen Löwen gelabert und musste ihm so auf die Schnauze hauen, weil er irgendwie, weiß ich gerade, irgendwie dumm gelabert hat und die wollten ihn zu Vernunft bringen. Und die hat sich beim Dreh halt immer kaputt gelacht darüber. Und dann ist der Regisseur zu ihr hingegangen und hat ja voll eine geslappt. Ja, das haben die auch gesagt. Ey, das ist... Das dürfte man heute nicht mehr am Sitz. Aber der Regisseur hat sich wohl auch sehr schuldig gefühlt danach. Ja, glaube ich. Aber das war auch... Da war auch so eine Szene, kann sich noch ganz am Anfang daran erinnern, wo man die böse Hexe das erste Mal sieht und dann verschwindet die in so einem Feuer. Ja, das stimmt aber auch irgendwas. Ja, das haben die gemacht mit Feuer und aber während das Feuer rauskam, wurde die in eine Luke in den Boden gefahren. Das war echtes Feuer. Aber die Luke, die hat zu spät gezündet einmal und die Frau ist fast verbrannt. Die hat noch ein bisschen Feuer ab. Also die hat keine Verbrennung oder so, aber die hätte fast. Ja, so war das damals. Das war schon heftig. Das sind Sachen, die... Ich glaube, deswegen sind Filme auch ein bisschen anders heute, weil du darfst sowas nicht mehr. Du darfst nichts mehr machen, was die Schauspieler in Gefahr bringt. Und deswegen wird auch so viel künstlich gemacht, weil das sicher mal ist. Auch ein gutes Beispiel dafür ist Texas Chainsaw Massacre, also der allererste aus den 70ern. Wo der, ja tatsächlich der Typ, der den Killer gespielt hat, tatsächlich mit einer echten laufenden Kettensäge den Leuten hinterher gelaufen ist. Da gab es ja auch diese Szene, ich weiß nicht, ob der Spoiler ist, ganz am Ende, wo der einfach so mit der rum schwingt und mit der rumläuft, mit der Kettensäge, die ja am Laufen ist. Und das war alles echt. Der hätte sich mal eben so den Arm absäbeln können. Oder bei Star Wars, mit den Laserschwertern. Oh, das war wirklich gefährlich. Ja, warte, ich muss da gleich dir helfen, weiter zuhören. Ich glaube, das ist hier nur alles für ein Minikit gerade. Diese Schlangen sehen auch aus wie Würste. Oh, Schmetterling. Oh, guck mal da. Seit Spongebob finde ich aber Schmetterlinge nicht mehr schön. Weißt du es noch? Die hatten so einen Wurm und dann war der Wurm weg und ist so ein Schmetterling geworden. Und dann hat der Schmetterling die Stadt angegriffen, unter Wasser. Das macht keinen Sinn. Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, weiß ich nicht mehr. Dann hat man den Schmetterling, das war dann echter, der war nicht gezeichnet. Den hat man dann immer in Nahaufnahme gesehen. Und dieses Gesicht von so einem Schmetterling, das ist so ekelhaft. Da kann ich mich nur noch an die Katsi South Park Folge mit dem Meerschweinchen, was die Stadt angreift. Nee, habe ich aber auch von gehört. Da haben die auch so ein echtes Meerschweinchen genommen und das in so eine Rüstung gepackt, so die Stadt an. Ach so süß. Ach ja. Aber Spongebob hatte auch teilweise echt verstörende Szenen drin. Ja. Allein diese, wo der Geist bei dem war. Ähm, wie heißt der? Der fliegende Holländer. Der fliegende Holländer, genau. Weißt du noch, wo der immer diese komischen Formen von sich angenommen hat und dann auch sah er mal wie ein weindes Baby und dann ist aus dem Baby irgendwas rausgekommen. Das war echt... Ist das auch die Folge, wo er irgendwie, ähm... Weiß ich nicht, wo dem dann die Augen so rausgelaufen sind. Ja, genau, genau. Das war das. Also das... Aber das war ja auch, am Anfang war ja Spongebob ja halt nicht als Kinderserie gedacht, ne? Ja, aber ich glaube, das mit diesen Augen, das war sogar schon eine spätere Serie, wo ich schon diesen Ruf hatte. Das weiß ich nicht. War ja am Anfang, sollte das ja so Family Guy South Park, sowas werden, ne? Aber da fanden die ganzen Kinder das geil. Tja. Und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist. Ja, ich habe bis heute noch nicht die neue Symptome von Patrick gehört. Ja, ich habe die auch nur einmal gehört. Die ist schon ähnlich wie die alte, aber nicht so toll. Es ist halt immer was anderes. Ja. Genau wie keiner auch die Synchronstimme von Eddie Murphy nachmachen kann. Ja. Ich frage mich, was sie jetzt machen mit Thaddeus, weil die Synchronstimme ist ja verstorben. Stimmt. Kürzlich. Ob die da jetzt eben eine neue Stimme, weil die Stimme war einmalig, die kann es ja nicht ersetzen. So. Scheiße, haben wir das Level schon fast zu erinnern. Kein Status. Warte mal kurz, bevor du da weiter grebst. Wir müssen gucken, ob wir noch irgendwo Münzen haben. Aber ich glaube eher nicht. Fehlt uns noch viel. Ne, eben nicht. Drüben ist noch was, da können wir aber nicht hin. Ach, egal. Den Grab. Egal. Ach, da ist noch blaue Münze. Wo? Da. Boah, perfekt. Als wäre es geplant gewesen. So great. Da ist ein Boot. Ja, da ist ein Boot. Direkt unten am Ufer. Scheint unbeschädigt. Hören Sie? Was? Der Satellitentelefon. Mom! Dad! Dad! Mom! Eric! Eric! Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das Telefon. Dieser blöde Jingle. Ich hab's gehört. Ich hab's nicht. Nash hatte es zuletzt. Er muss es gehabt haben, als er... Ah, okay. Mit so einem Teddybär. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Eric gefunden. Boah, ich krieg immer voll... Ich sah ihn immer voll ab, wenn ich hier bin. Ja. Was Trophäen angeht. Ach, schön. Eric! Ich hab grad noch voll episch dann den 100%-Status zusammengekommen. Nein! Ich glaub, wir haben nur eins, oder? Was hast du gemacht? Mein Kunstnagel ist abgegangen. Problem einer Frau. Oh Mann, scheiße! Ich hab Sekundenkleber irgendwo. Besser nicht. Nee, nee. Von Ellie Degler? Ach ja, das ist die Ellie, aber die hat ja... Ach so! Geheiratet neu und dann... Ja. Hat sie ja... Ja. ...einen anderen Namen, ne? Und so, weißt du ja. Ich erinnere mich. Naja. Naja! So, dann haben wir jetzt noch ein Level. Und wir sind schon fertig mit Jurassic World... Äh, Jurassic Park 3. Und dann geht's in den Jurassic World. Nein! Aber das ist jetzt im nächsten Part. Ja! Bis dann! Tschüss! Bah! Lass mich noch ein Till. Vielen Dank.